erstmal dies mit der kreide war mit kreide also wir müssen das irgendwann noch mal später machen also ich will den terminat terminierungs messer ziehen das will ich schon kreide ane da kann man zurück wieder dann ist man hier lang östlicher außen sky net östlicher außen post du musst hier wirklich vieles durchsuchen es geht ja nicht mehr anders deswegen dauert das umso länger ja 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 Ach du Scheiße! Okay, wir müssen es nochmal machen. Aber das, der, der, äh, Feuer, äh, 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 der, der Feuerballtyp da, der muss weg. Der, der muss nicht wegschießen. Oh man. Das war's für heute. Ach du Scheiße! Okay, ich muss mir das anders überlegen. Das ist schwerer, als es aussieht. Okay, wir müssen, das muss ich mir anders überlegen. Ich würde ja gerne nichts mit dem Terminierungsmesser machen. Das Problem ist, ich weiß halt nicht. Renn, renne, 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 hauptsache es sieht keiner. Was war das denn jetzt? Okay, das geht also auch nicht mit dem Messerchen. Das muss ich von vornherein gleich so machen. Das ist ja blöd. Es laufen extrem viele von ihnen rum. Definitiv. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass man nicht... Hier wünsche ich mir wie bei Metal Gear, dass du so Sichtfeld hast, wo du bist. Die sehen dich so. Ich kann nicht wirklich einschätzen, wie weit die einen sehen können. Ich muss den Flammenhaini loswerden. Wieso ist der nicht erledigt? Tatsache! Ach, deswegen waren es zu viele. Der Sack ist aufgestanden. Das erklärt es natürlich. Jetzt erklärt es natürlich. Die sind, die sehen einen saumäßig gut, muss ich sagen. Vor allem, man sieht da oben, wie... Tatsache, man sieht tatsächlich die Sichtkegel. Aber warum sieht er so weit? Ja, wenn das... Okay, ich muss es wirklich so machen. Okay. 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 Ah! Was soll das denn jetzt? Haben wir... Nein, ich habe ja gar kein Verbandszeug mehr. Da muss ich mal... Ich habe ja gar kein Verbandszeug mehr. Ah! Alter Schwede, die sind gut. Die sind gut. Ich bin jetzt gleich tot, wenn ich jetzt rangehe. Okay, so ist das. Das ist gut. Das ist gut. Dafür habe ich auch noch eine Trophäe gekriegt gehabt. Hochinteressant. Ach de Scheiße. Und? Okay, das hätten wir. Ja, manchmal stirbt man einfach öfters. Ich muss mir das mal angucken in aller Ruhe. Und dann muss ich einfach mal öfters sterben. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Es muss da oben sein, da oben muss eine verügelte Tür sein, anders geht es ja nicht mehr. Wie komme ich da hoch, ist die Frage. Ich glaube nicht, dass es so einfach geht. Hm. 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 Ich müsste und wieder hochkommen. Dann habe ich noch zwei Terminatoren an der Backe hier. Kann man da irgendwie... Und die muss es ja da hoch gehen, anders geht es ja nicht, weil äh, sonst gibt es ja die Tür nicht. Ja. 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 Ah scheiße! Na, komm! Oh, das ist schön. Und jetzt muss es ja da hoch gehen, ne? Oh, das ist schön. Oh. 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 T 47. Ich lach mich kaputt. Da ist ein riesnteil. Du verarschst mich doch jetzt, ne? Oh oh, das ist ungesund. Glockenzeichen Aha! Aha! Aaaaah! Anveses! Ich wäre schön da... ...auswählen. Was ist das inaktiv? Jaaa... Ist ja auch logisch, Mann. Ist ja auch kein Plasmagewehr. Ähm... Verriegelte Tür, verriegelte Tür... ...verriegelte Tür... ...verriegelte Tür... ...verriegelte Tür... Piver! Piver! Aha, da hoch geht's. Ich möchte den ausschalten. Ich kann mir vorstellen, der hat ein bisschen was drin. Nein, 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 lass uns mal weg. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein so 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 und ganz unhöflich ist da oben du ganz unhöflich die plasmamonie und rucksack ist voll verarscht mich jetzt oder nee das brauche ich ach ich muss diesen täuschungskörper wegschmeißen und jetzt hast du jetzt hast aber nichts zu lachen nicht Das ist wirklich schön. Also. Ja, der Vater hat es nicht überlebt. Ach, Mittelohr noch. Ach. Okay. Klein Buzi, ich komme gleich hoch. Da er die Fertigkeitspunkte ist, tun wir gleich mal hier die Waffe, Waffe, Waffe. Wo ist denn die Waffe? Ach so, ich muss ja erst, alles klar. Hackzwecken zwei. Hackzwecken zwei. Das Ding ist... Ich muss mir den Typen krallen da oben. Ich hatte Angst davor, das Thema wieder anzusprechen. Das, weshalb ich beschlossen habe, dir diesen Brief zu unterlassen. Ich hoffe, du findest ihn auch. Ich glaube nicht, dass du und dein Bruder im Haus noch sicher seid. Etwas ist bei 8 nicht mehr in Ordnung. Wir haben Angst, dass er euch etwas antun könnte. Er ist nicht der Mann, der er mal war. Wir werden morgen gehen und ich denke wirklich, ihr solltet mit uns kommen. Wir werden bis Sonnenuntergang auf euch warten. Ich schreibe dir nur... Dies nur mit der besten Absicht und ich hoffe, du verstehst das. Passt auf euch aus. Auf, Roast. Es wäre gut, wenn wir ihr den Brief geben. Junge, wenn du wüsstest, was dir gleich bevorsteht. Inventar. Warum ist meine Waffenfertigkeit immer noch zu niedrig, Alter? Ich habe die doch schon hochgetunt. Okay, Waffenfertigkeit 3. Das muss ich dann gleich machen. Junge, du bist sowas von weg vom Fenster gleich. Ich habe mich eine irgend um Raum, wo du neuf 김erchenuchar genannt hast. Was ist der Vorteil, außer denen zu unserem災 Kyivziel Jessmaler também ist. Was sind in Ordnung zu müssen? Es wird uns chem lifestyle� liked. Und dann muss ich mich dann reinють, was halt so alt. Und dann mach dich Leid mich machen. Untertitelung des ZDF, 2020